Klicken-Gruppen-Aufzug bei H&M im Eichelsander Nürnberger Platz in Essen Aufzug schon da U1 ist gesperrt Ich weiß nicht mehr welche Aufzüge bei Kasia gefilmt aber auf jeden Fall habe ich den Aufzug bei Kasia gefilmt und bei und die beiden Center-Aufzüge und den Aufzug im Männerparkenparkhaus und die Öffentlichkeit auch und mein neuerer Hibbes war kein Aufzug ich weiß nur nicht ob ich den Aufzug bei Kasia Sports gefilmt habe und was zu touren habe ich war gerade bei zu touren aber ich muss mal in meinen YouTube und du kannst ja schauen ja jetzt nochmal zum Aufzug Bauland 2008 von ThyssenKrupp mit einem Schlüssel und der Seite untergeschossen ist gesperrt und am Schlüssel und am Schlüssel ist gesperrt und am Schlüssel und am Schlüssel ist gesperrt und am Schlüssel und am Schlüssel